Herzlich Willkommen liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von DEVMA MODELS. Ja, willkommen zur nächsten Ausgabe, nämlich 4 und 5 für unseren tollen Fiat Polsky. In der heutigen Ausgabe werden wir am Motor anfangen und was genau, das zeige ich euch gleich, wenn ihr ein Stück näher kommt. So ihr Lieben, und zwar habe ich jetzt gerade noch mal in die Einleitung reingeschaut. Wir werden mit der Vorderradaufhängung als erstes anfangen und im zweiten Teil werden wir uns dann hier den nächsten Teilen oder den ersten Teilen für den Motorblock zuwenden. So, aber wie gesagt, als erstes machen wir diese Aufhängung hier und da schauen wir jetzt gleich mal, wie wir hier am besten anfangen können. Als erstes mal brauchen wir hier diese große Platte. So, ich lecke jetzt bloß mal die Teile hier ein bisschen zur Seite. Hier muss man nämlich auch tierisch aufpassen, hier sind nämlich immer rechts und links Teile dabei, wo aber auch nichts draufsteht. Also jetzt hier zum Beispiel bei den Teilen sieht man das gut. Ich versuche es mal so, dass man das weiße Tuch als Hintergrund hat. So, da sieht man schon, dass es zwei unterschiedliche Teile sind, aber hier ist jetzt kein L oder kein R drauf für links und rechts. Dann sind hier auch diverse Teile immer zweimal, weil wir die ja logischerweise auch zweimal brauchen. Aber gucken wir gleich mal. So, also als erstes brauchen wir mal diese Platte hier. So, die sollen wir jetzt, wo seid ihr? Da. Da sollen wir jetzt hier diese aus Plastik, diese Teile hier einsetzen. Und zwar einmal so rum, dass wir sie so rum in der Hand haben und diese kleine Plastiklasche, die kommt hier über diese Bolzen hier in der Mitte. Irgendwann ist bloß hier so drüber. So, drücken das ein bisschen nach unten. Oh, ich muss mal mal dicht im Antisch holen. Ich sehe hier fast gar nichts. So, das gleiche machen wir hier auf der anderen Seite. Den stecken wir da ebenfalls drüber und drücken den bis ganz unten durch. So, okay. Als nächstes brauchen wir diese zwei Schenkel und diese Alterung dafür, quasi die dann hier so irgendwie das Teilanier festhalten. Die brauchen wir als nächstes. Einmal rechts, einmal links und jeweils zwei Schrauben EM. Die habe ich hier. Eins, zwei, drei, vier. So, also als erstes soll der Schenkel mit dieser Schraubvertiefung nach oben, also hier auf dem Teil müsst ihr gucken, dass das nicht falsch rum drauf sitzt. Hier ist eine Erhöhung und hier ist eine Vertiefung. Und die Vertiefung brauchen wir oben, weil da der Schraubkopf reinkommt. Legen wir das einmal hier in diese Rundbacken rein. Also hier einmal so einlegen. Festhalten. Und dann kommt jetzt das andere Backenteil hier so drüber. So. Das schrauben wir jetzt hier so fest. Einmal wieder fixieren. Und dann vorsichtig bis Anschlag drehen. Bis man merkt, dass es Widerstand da ist. Dann sollte man aufhören. So. Genau. Und der ist dann jetzt hier noch ein bisschen beweglich. Okay. Das selbe Spiel wiederholen wir jetzt hier auf der Seite. Also ebenfalls wieder hier den Schenkel einlegen. Dann diese Klammer drüber. Und mit zwei Schrauben EM festmachen. Und mit zwei Schrauben. So, ok, das haben wir auch, gerade noch mal Wackelprobe machen, das ist fest, das auch. Gut, dann kommen jetzt als nächstes mit zwei Schrauben LM, das sind hier so eine kleinen Senkkorpschrauben für den nächsten Schritt und dann brauchen wir hier diese zwei, so sehen die Teile aus, die brauchen wir als nächstes, denn die kommen jetzt hier in diese Vertiefungen rein und zwar habt ihr an diesen Teilen hier ist so ein kleiner Stift dran und dieser Stift kommt dann, ich zeig es jetzt gerade mal hier mit dem Messer, hier ist quasi diese Vertiefung und hier ist so eine Aussparung, da kommt der Stift rein, heißt also, ihr könnt die Teile nur in eine Richtung da reinstecken. So, und dann müssen wir jetzt hier von der anderen Seite mit einer Schraube LM das hier festmachen. So, ok, nachdem wir jetzt hier beide drin haben, können wir hier weitermachen und zwar mit den Teilen hier, da schaue ich gerade mal, ob die sich optisch irgendwo unterscheiden. Ok, aber hier ist ein R und hier ein L eingebrannt, ok, super. Dann können wir den linken und rechten Stift 4E und 4J, also ist J, ne 4E ist der linke, das ist der, das ist 4E und dann ist das 4J. Das muss man jetzt hier genau aufpassen, wir haben jetzt hier nur als Orientierung, hier ist nichts auf dem Rahmen und hier sind zwei so eine Erhöhung drauf, das heißt, das ist jetzt links und das ist rechts. und den linken, den hängen wir jetzt hier, ne wiegen jetzt, ah genau, andersrum, so, das hängen wir jetzt so hier ein und müssen jetzt hier mit einer Schraube FM, ne Quatsch, nicht FM, sondern BM, müssen wir jetzt hier von jeder Seite einmal rein. So, und das war jetzt eigentlich so, ja, der letzte Arbeitsschritt, um euch nochmal selber zu kontrollieren, habe ich gerade eben entdeckt, kann man auch die, äh, hier wo das R drauf steht, auf dem Teil, ja, hier das R und hier steht ebenfalls ein R, also so kann man sich nochmal selber kontrollieren, ob man die Teile alle auf der richtigen Seite hat, äh, so sieht das jetzt aufgeklappt aus, ne, also wenn wir jetzt hier diese 1, 2, 3, 4, beziehungsweise die zwei Löcher hier auf der Seite, dann müssen die Scheiben jetzt so nach unten zeigen, dass diese Schraublöcher von den Schnuffis hier jeweils nach innen zeigen, ne. Das war's also einmal dazu und dann geht's jetzt mit dem Motorblock weiter, und zwar brauchen wir dafür diese drei Teile, dann diese zwei, das sind, was ist denn das überhaupt, ah genau, Vergaser und Anlasser und dann die Schrauben AM, GM und CP. So, wir werden als erstes den Motorblock zusammen setzen, dafür einfach die linke und rechte Hälfte einfach hier zusammenstecken, und hier in das Schraubloch kommt eine AM Schraube rein. So, dann brauchen wir als nächstes den Anlasser, das ist dieses längliche, verchromte Plastikteil, dann eine Schraube GM, und wo machen wir den fest, gerade mal gucken, die haben das Teil so rumliegen, und schrauben das jetzt hier in diese Aussparung hier rein. So, so, das ist fest, dann brauchen wir jetzt nochmal eine Schraube CP, nehmen uns den Vergaser, und der kommt, äh, wo sind wir, da, ach nee, halt hier, auf das Teil kommt der drauf, und zwar wird der jetzt hier so reingesteckt, hier ist eine Nut, und das Teil hat da einen Stift, jetzt also, wir legen das hier so, zack, einmal rein, drehen es rum, und machen das hier mit der Schraube CP fest. So, dann brauchen wir zu guter Letzt nochmal eine Schraube AM, nehmen uns dann den oberen Motorblock, das ist der hier, den legen wir uns so rum, und dann und dann brauchen wir dieses Teil des Motorblocks, das schrauben wir so rum hier rüber, kann das sein. so rum, okay, also diese zwei Löcher hier müssen auf unserer Seite liegen, bzw. der Anlasser, und dann stecken wir das jetzt hier so einmal diese zwei Stifte da rein, und machen das Ganze dann jetzt hier noch mit einer Schraube AM fest. So, da ist das Kleidige passiert, dass die Schraube abgerissen ist. Ja, ihr Lieben, da kleiner Unfall zu guter Letzt, aber gefixt, also ich habe das jetzt nochmal, die Schraube aufgebohrt, nochmal neu eingesetzt, und die zwei Stifte, die quasi auf den unteren Block kommen, habe ich noch mit Sekundenkleber versehen, dass es noch ein bisschen mehr fixiert ist. Dann natürlich auch das Schraubloch an sich nochmal mit Klebstoff gefüllt, und jetzt hält das eigentlich gut. So, also das war jetzt einmal die Ausgabe Nummer 5, der Motorblock, und Ausgabe 4, die Radaufhängung, die erste. Und ja, dann müssen wir natürlich jetzt warten, bis das nächste Häckchen kommt, aber ihr könnt ja dabei die anderen Videos angucken. Also, macht's bis dahin gut, ciao, euer Sebastian von der von Weibels, ade. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.